hallo 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 und so zu einer runde minecraft flash und mit dabei ist der alfred guck 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 mal wie er da läuft ganz geschwind vor uns bin ich wieder fast fast runter plumpst oh gott ich unterschätze diesen sprung okay okay hopps hopps so eine schöne map und trotzdem sag ich gerade ich glaube da sollte ich hinspringen dass er fast so aus dass er fast so aus als werde geflogen war das muss ich mir nicht gepackt das war jetzt ein traurig was ist los sonst bist du immer nein ich bin immer der als längsten an checkpoint 1 hängt hier und dann bockst du bei uns immer genauso habe ich das hier mit art kleine probleme am start weißt du reint sich das ist lustig da mal was tue ich denn da ich bin unten lang nach gott nein ich will nicht mehr und lang und lang sagt auch ernsthaft hat es was gesehen wieder einer versucht hat abzukürzen so wie sonst auch mal nein spaß dass einer direkt ins wasser gesprungen der checkpoint ist bei davor ne okay gut rein theoretisch hopps hopps alter alfred eiskalt schon an checkpoint 2 was da los aber ich weiß immer dass du den letzten checkpoint auch nicht so liebst wieso springe ich eigentlich ganz hoch ist sowieso hier wieder ein nein ich will nicht ins wasser tauchen hopps nein ich sag gerade so richtig hart nein okay dann gehe ich halt durchs wasser wo muss ich da lang da lang da komm 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 meine fresse hat mich zehn jahre gekostet gefühlt na und dann falle ich auch noch runter oh man okay ja alfred übertreib halt schon checkpoint 4 nein du hackst doch auf jeden ich kenn dich doch ich weiß doch was du tust kommt... perfekt und den checkpoint nämlich doch auch oh nein ich bin drauf gelandet und geh raus aus dem links okay oh oh sneaten vor der win alfred alth alfred halt stop halt stop sonst sack ich hier total ab aber irgendwie alfred ja ja nein nein ganz sicherlich es kommt mein lieblings checkpoint ja das weiß ich tue es nicht oh gott die haben meinen trick erkannt hier die leute die mit uns spielen die haben eine abkürzung gefunden da nutze ich dir jetzt auch nein so richtig behindert und was passiert mir ich war einfach das kann ich auch weit golem zack okay alfred vielleicht jetzt ja aber ist auch nicht gerade mein lieblings checkpoint alfred ja genau so macht man das alfred genau so will ich das von dir sehen du es nicht nein 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 wald golem du auch nicht golem golem wald golem da ist der wald golem oh my god be good tschuldigung für die besprecher das tut mir leid so jetzt kann ich nein tu es nicht nein ja guckt ihr wer da hilft er schafft es nicht er schafft es nicht ich glaube ich gebe dir doch den versuch dann wenn du mir jetzt abstürzt gehe ich ins ziel dann hast du noch 60 sekunden also wähle weise was wie du jetzt springst okay von seiner arroganz selbst geschlagen dass er alfred ja du schaffst das noch will ich diesen part liebe oh man es ist lustig ist es ist so lustig und ja doch 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 und weil es so lustig ist und der alfred das sogar jetzt noch schafft auf das holz auf das holz auf das holz und ab ins ziel okay wir sehen uns aber gleich in einer zweiten runde bis dann leute ciao ciao wir sind wir wieder zur zweiten runde und wir haben uns honig topf ausgesucht damit weil es nicht so lange dauert und es wird schon mal nichts mit dem first try das mal runtergefallen haben ersten in der ersten lücke als ob der heck doch und ich eiskalt das mal ganz safe hier machen so und so und auch da so auch mal erst ein checkpunkt erreicht was gefühlt irgendwie aus konzentrationsgründen meist immer das schwierigste ist nein warum habe ich jetzt warum habe ich jetzt recht im ausdruck dieses gefühl der eigenen inkompetenz ja ich kenne das heute bist du echt ganz lieb zu mir weißt du das wieso ich sag dass du genauso bist wie ich das ist ein kompliment zumindest für dich ich hab dich eigentlich ganz doll lieb manchmal aber nur manchmal manchmal aber doch sag ich auch hier dass ich die strafe na ja was denn der hekt dann ziehen wir doch mal ein hacker ab ist doch immer das lustigste genau mal hacker über sich das ist immer das geilste wenn hacker nicht genug hacks haben und mich mit einem können zu besiegen soll es nicht heißen dass ich können habe aber das soll heißen dass manche hacker schlechter sind als ich das war das war so close na ja wenn ich dich wenn ich dich spielen sehe höre und was auch immer fühle dann dann kann ich nur rumstehen das weißt du doch alfred ach so auch das gibt es doch nicht auch das gibt es doch nicht ich folge dir oh nein da war ein lock richtig schlecht zack 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 so hops 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 hüpf und nächster check punch Sie wird auf jeden Fall ins Ziel kommen. Ich auch. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen am rushen. Ich weiß nicht, wie gut das ist. Weil ich meistens beim... Nein! 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 Oh, ich sehe ihn. Er ist direkt vor meiner Nase. Du hast mich hier aufgeholt. Ich habe dich überholt. Arsch. Oh, der ist schon wieder am nächsten Checkpoint. Oh, komm mal. Komm, 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 komm. Dranbleiben, Yoshi. Dranbleiben, Yoshi. Da vorne ist er. Hops, hops. Ja, er fällt runter. Ho, meine Chance. Meine Chance. Inkompetenz kann siegen. Nein! Kann sie nicht. Ist das ärgerlich. Uh. Wo ist er? Wo ist er? Geist, Kabel. Oh. Oh, er hat gewonnen. Aber ich möchte trotzdem ins Ziel kommen. Ganz noch recht safe. Hops. Hops. PGHacker. Hops. 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 Okay, bin auch im Ziel. War aber knapp. Oh, ich glaube nicht, dass er gehackt hat. Zumindest sah es nicht am Ende so aus, wo ich auf ihn aufgeholt habe. Nee. Der wäre auch viel schneller gewesen. Ja, du sagst, lass das, äh, es gibt auch schon, äh. Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen dieser Folge und Alfred, danke fürs Mitspielen. Du bist ja auch noch ein Ziel. Äh, komm, 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 schaffst du noch ein Ziel? Kannst, kannst du die Folge nicht enden, solange ich nicht im Ziel bin. Ja, du hast auch noch maximal zehn Sekunden Zeit. Ja, komm. Do it. Do it. Was? Was? Nein. Sag euch doch, Inkompetenz kann ich siegen. Und ich danke, oh, da bist du im Ziel. GG. GG. Und ich danke euch fürs Zuschauen dieser Folge und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Cheerio. Ciao.